Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Together Pokémon Silber. Was hat sich denn alles getan? Oh mein Gott, Tragora, Nampferos, Lamos, Nocto, Greg, Hundemann. Status? Wow. Also ich möchte jetzt mal schnell was nachprüfen. Ähm. Perfekt. Sondern werde ich jetzt wahrscheinlich beim letzten Mal mit unserem kleinen Nocto fliegen. Ja, Nocto. Das war so schön mit dir. Wenn ich jetzt zurückdenke. Ich habe mit dir den Geisterorden gemacht. Mit dir habe ich meinen einzigen Orden geholt. Das war schon toll. Ähm. Das möchte ich aber mit meinem Lamos wegbauen. Und danach erstmal ordentlich getraint. Okay. Da lagst du schnell friedlich. Hm. Wir sind jetzt bei den Poké gekommen. Und jetzt? Pass mal auf. Und Relaxo müsste wach sein. Ja genau so. So. Super. Wir haben jetzt einen Relaxo. Wow. Level 50? Wann ist das Level 50? Nein, geil. Ähm. Ist mein schönes Surfer. Und Vernichtung. Totale Verstörung. Wieso kann es Erholung? Hm. Das macht mehr Schaden. Konfusion oder? Na, schauen wir mal. Wer macht dann Konfusion? Mit so einem kleinen Relaxo? Na, weniger. Oh, das ist verwirrt. Na, schon mal gut. Na, das regt mich jetzt schon auf ein bisschen. Was ist das? Ah ja stimmt es hat Überreste, Surfer los. Los, 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 los. Los. Oh, ja, Dunck. Ich zerstören muss das Ding. BAM in your face, bitch. Ja, ist mir egal, komm, Surfer, warm, 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 schuld, 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 ich will dich fertig machen, ich will dich einfach fertig machen, ich will dich immer noch aus, aber ich will abknallen. Bitte schlag dich selbst. Oder so. Mein Lammus kannst du eh nicht irgendwie sehen, auch wenn du einen hohen Angriff hast. Okay, das ist schlecht. Ähm, Lammus, tut mir den Gefallen, mach jetzt einfach Surfer. Okay. Nein, wisst ihr was? Ich hab in dieser Folge noch was vor, ich möchte nämlich einen Orden holen. Meinen zweiten. So. Jetzt werde ich dann mal auswächsten, auch Drago ran, ich mach da immer Ruhm, die anfallen, dann ist das wie weg. Oh, zweimal. So. So, Pokémon. Wir holen uns mal Drago ran raus, ha? Hä? Das kippt jetzt mal auch nicht auf die Fresse. Nee, vor mir in den Ohren zu holen, verdammte Scheiße. Ne, zwei Überreste, okay, äh, Mutanfall. Bam. Ja, Relaxo schläft noch, jetzt hauen wir ihn noch einmal rein, dann war's das. Ich weiß mich lügen, aber gab's hier nicht schon Schlafregel, dass Relaxo das einsetzen konnte? Ich bin mir gerade unsicher. Irgendwie Gäder, Schlaf, äh, fuck, Mindblow, keine Ahnung, was weiß ich. So. Wir fangen zuerst mal ein Dick da. Na, 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 ein Dick da. Wunderbar. Los, Lamus, äh, Beutel. Das wird ein Spaß zum Trainieren. Überweil. Ähm. Bitte? Ich hab nichts, was schwach, was so schwach ist, dass es dich nicht umringt. Perfekt, ja, mein Dick da. Wunderbar. So, Dick da wurde bei Eintrag, blabbar. Schaufel einen Acker ein, ist die Erde ideal gepflügt, um etwas anzupflanzen. Yay. Ja, es bekommt sogar einen Spitznamen. Ähm, bevor, weil die finden, es sieht aus wie ein Penis. Wenn ich jetzt jetzt ping es. So. Als nächstes wird mich etwas erfolgen, was ihr euch alle denken könnt. Etwas, womit jeder... Ich will spulen. Meine Fresse, ich will so gern spulen, aber ich kann nicht. Und wieso? Ihr wisst genau wieso. Ja, macht nur so eine scheiße Untertitel, das ist mir egal. Wöwöwö. Warum ist Fluch so unmöglich? Oh, dann mach halt Surfer. Ey, ist das ein Witz? Surfer verfehlt. Surfer. Dick der Wolke. Surfer. Dann mach ich doch bitte raus. Ich möchte nämlich die scheiß Ohren nehmen, ja? In meinem Labus. Ich möchte ich doch nehmen. So. So, ähm, ich möchte ja, ich glaub man kann von Azuria, kann man irgendwie nach Aronia oder so. Also geh ich mal nach, äh, Azuria. Geh hier rein. Dann, 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 danach, dann, 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 dann. Bla 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 bla. Interessiert mich nicht. Es ist nitsch, 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 nitsch. Und dann komm ich schon nach Nar Pennsylvania. Ich glaube eher nicht. Also wir müssen auf jeden Fall Albert Omega so weiterfahren. So, Builds PC Ablegen Bye-bye Nocto Das Item kannst du behalten, das brauch ich eh nicht Und Pokémon mitnehmen Pingis Wir haben Pingis erhalten Sehr cool So Da wir Pingis haben Werden wir mal schauen Ob ich nach Mammuria Ach, wer könnt ihr hier nicht Ah, wer könnt Ja, mir fällt es gerade auf Wir müssen übrigens um die Nugget-Brücke Ja, Lamus ist nach vorne, okay Also, ich muss mich jetzt beeilen Ach ja, genau, wir haben ein Fahrrad Na, na Ich vergesse das immer Das ist voll schlimm mit mir, ey Na, na, na Oh, warte mal Ich habe keinen Bock, dass mich jetzt irgendwas Anfällt Top-Schutz Wie ist das, ich möchte Server ansetzen? Ja, ich möchte Server ansetzen, danke Blum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Karte Ja, da kommt... Hä? Aber wenn die schon mal in Vertania City oder so? Würde die mich jetzt ganz verarschen? Ich finde das nämlich nicht witzig Und wisst ihr was, Leute? Ich schneide hier erstmal Na ja, mal ein bisschen umsehen Und dann sehen wir uns genau hier wieder Mit einem trainierten Dick da Was ist Pinkness? Ich möchte mich nur kurz ansehen Status Okay Kratzer, Heuland ist es jetzt scharf da, okay Und die Werte halt Angriff und Initiative sind sehr schön bei Pinkness Naja Und ich weiß noch einfach, bis die 10 Minuten voll sind, Leute Ach, mein Gott Ich habe mein Let's Play genießt Die kann ich nur Hallo, Leute Ich habe meine Viecher... Oh, ich muss noch mal was einstellen Options Sounder Ich habe ein bisschen was getrainiert Also Fingersits ist der 55 Schaut es mal kurz in der Werte an Oh, Dickdreh Erdbeben, Schlitze, Intensität und Schaufler Ja Und einen ganz netten Angriff Spezielle Verteidigung ist ganz gut Und Initiative, wow Und Lamus Hat sich auch ein bisschen verändert Level 65 Und es hat Psychokinese erlernt Und ja So, wir holen es jetzt noch in Orden Nehme ich den von Moria City Den möchte ich haben Na, 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 na Na Nein, oder? Ach stimmt, wir haben ja Äh, ja Ja, ich kann zum Schneider her einsetzen Ja, ich möchte einsetzen Bla, bla, bla Äh, 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 äh Meine Beschützung und Krassersung Guckst du Gstammeln Wendbar hin Boah, wie interessant nicht Ich habe nicht viel Zeit Ich möchte da jetzt schnell Durch Bla, 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 bla Dann zeig ich mal, was Pingis alles drauf hat Trifft es das mit Adbam? Ich weiß ja nicht Oh, doch Ja, ähm, ciao Bevor Das überlebt Sondern ich Nicht von meinem Oh mein Gott, noch ein Bevor Nein, ich möchte nicht wechseln Ah, was wir jetzt einsetzen, Leute Genaau Adbam Na, 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 na Na, 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 na Hört mir viel Zeit Jetzt beeile ich Mit deinem scheiß Bevor Meine Fresse Mann Ähm, 10 Minuten sind schon vorbei Das heißt, wir sind jetzt bei 12 Minuten Ich muss eh schon noch ein bisschen Fürwenden wegen der Entwicklung Oh Gott Das wird knapp Das wird echt knapp, Leute Heimlich, du Schlampe Ja, bla, bla Ich hätte keinen Bock Und einen Top-Eater rauszuhauen Das ist es mir nicht wert Na, 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 na Poco ist wieder Top-Eater Bla, bla, bla Bla, bla Schnell in die Arena, Leute Wir müssen uns jetzt beeilen Oh nein Oh Mann Ich will schwulen, aber ich darf nicht Blablabla Oh Mann Ich möchte eine lange Posen hier Camper Walter Ja, super Sanddama Super Ja, ja, ja Kommt da So, Erdbeben Ich soll das eigentlich weghauen Vor allem, die benutzen Gestein Und er hat ein Boden-Pokemon Das ist irgendwie extrem schlau Schlitzer und Farz So, tschüss So, tschüss So, tschüss So, tschüss Warum hat der Fünf Oh nein Okay Die hau ich alle weg No problem Not for me Ich bin sowieso schneller als alle anderen Als die ganzen Die hau ich sowieso mit einem Schlag weg Wegen sehr effektiv und Bonus und so Da können die noch so Verteidigung haben Die freut sich jetzt so weg, Leute Oh, Alter Das ist so krass Was hat der noch alles? Äh, jetzt haben wir einen Amoroso What the fuck? Der hat einen Amoroso Das ist nicht gut, Erdbeben Oh mein Gott, oh mein Gott Das könnte echt gefährlich haben Amoroso Wenn es überlebt hätte, natürlich Aber scheißegal Okay, es geht weiter Okay, Fingers erreicht ihr bei 56 Das ist sehr schön Für Fingers So, äh Kabutops Ja, super Werde ich auch schnell vernichten Ja, Kabutops Super Erdbeben Bam, 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 bam 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 Wow, er hat einen Rihorn Sehr geil Also Rihorn, Rihorn ja und dann, äh Was ist die dritte Entwicklung? Weiß ich gar nicht mehr War auf jeden Fall eine wie Mark Brand Äh, die war auch Also ich Rihorn und so weiter Das ist eine ziemlich coole Entwicklung Also Nicht schlecht Oh Gott Okay, Onyx Das schaffen wir auch noch jetzt schnell Okay, wir haben kaum noch Zeit Ich vernichte schnell Onyx Und dann, ähm Ja, bla 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 Laber nicht, Mann Silber hält Felsord Ja, ja Es ist mir so egal Danke Silber Es war mir vorher gegen dich zu kämpfen Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin In dieser Felsorgen wird dein Pokémon noch stärker machen Bla bla So gut, wir haben den On abgegriffen Ja, ich bin so froh Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ja, ja, ja Ich weiß, dass so weit wie möglich noch wegkommen von dem ganzen Scheiß, damit Pierre so weit die ganze Folge vielleicht noch verbrauchen muss. Das wäre perfekt. Oh mein Gott, den Ibi-Tuck. Okay, das müssen wir jetzt den Schlitzer wegbouncen. Los, Bingus. Schlitzer. Fatz. Schlitzer halt. Blablabla, Teenage-Gear, das wurde vernichtet. Blablabla. Ich will schnell wieder, wenn du blablabla. Schenker hältst ein Kadabra auf Level 5000 Milliarden und dann das Initiative ist so hoch, dass du dich nicht mehr sehen kannst. Oh mein Gott, ein Radikal. Ich würde Intensität einsetzen, aber bei der ist die Gefahr ziemlich hoch, dass da nichts Gutes rauskommt. Mein 10 ist zwar noch stärker als Erdbeben, 9 glaube ich auch schon fast, aber ich habe da kein Risiko in mir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, bei dem ist es sowieso egal. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann schon mal von euch. Weil weit werde ich nicht mehr kommen. Äh, denke ich mal. Teenager Edmund. Bin fortgeweht. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Super. Ja genau, hier ist ja noch unser Rivale. Es ist schon lange her, Silber. Seit ich gegen dich verloren habe, mache ich mir Gedanken aus, weil ein Pokémon noch fehlt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Pingus. Wurde zu Diktri. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Vielen Dank.